Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter, und wir spielen weiter. Und jetzt tun wir mal die nächste Mission mit unter neuen Rüstung-Modcast, bitte. Neue, 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 neue Match mit O. Und los geht's mal, machen wir mal die Mission, oje. Das wird jetzt heftig wahrscheinlich. Hoffen wir mal. Alter, oh, sind jetzt ziemlich starke Gegner, aber einer fehlt mehr, finde ich. Und los geht's. Oh nein, wirklich heftig erkennen. Oh man, Schüler wurden schon getötet von ihm. Nicht gut, Leute. Was geht denn die mit ab? Oh, er hat uns gesehen. Was kennt er denn? Oh. Und los geht, Leute. Und auf geht's. Mein Kämpfen gegen eine riesige, mega Kämpfe. hier drin. Und los geht's. Oh Leute, da geht man nicht. Ne, das hat doch immer das Rauch noch ausgeschmissen. Aber das ist nicht kommun, müssen wir halt weiter kämpfen. Aber ich mich kenne den Bukidem. Sonst würde er ja nicht so komisch abgehen, finde ich, oder? Ja, das ist halt so. Und das wird ein harder Kampf, finde ich. Ich habe das hier noch nicht so komisch abgeholt. Und das ist halt so komisch abgeholt. Und das ist halt so komisch abgeholt. Das ist halt so komisch abgeholt. Und weitergehen müssen. Alter, was war denn das für ein Move? Und das Ding da hinten ist... Da sind so viele Gruppen... ...Wäsche... ...dass wir doch kämpfen müssen. Extrem... Aber die Rüstung ist jetzt vielleicht erst mal ein bisschen schwach, aber... Aber durch das, dass die Verspielen, dann machen wir stärker, weil jetzt ist gerade vielleicht 26 Spiele echter. Aber danach... Boah, alle, was ist denn das für ein Gerät, alle? Boah, alle, was ist denn das für ein Gerät? Boah, alle! Boah, alle! Boah, alle! Ich bin richtig am Mega-Campfer! Aber das schaffen wir noch, Leute! Boah, alle, was ist denn das für ein Gerät? Boah. Ich bin richtig am das vor allem erst einmal gleich leute Ich versuche, oh man, man, das, richtig schwerer, richtig schwerer Gäger. Ah, man, das schafen wir schon, Leute. Two months with a Grave Vashen wieder. Man, das bin calm, fai. Mann, da muss doch die Arme und die Beine müssen auch schon längst fertig sein die Arme und die Beine müssen Ja, die Blumen haben wir uns nicht berufen. Ja, die Blumen haben wir einen kurzen Halt gespeichert. Oh man, fast in der Ball! Oh, weg weg weg! Oh, Mist! Wollt weg, ich kann noch nicht... Oh, ich bin vielleicht dort leider... Nein... Aber mir hängt es, glaube ich, dort... Oh ja, mir hängt es dort... Mir hängt es dort, Leute! Yes, Leute! Mann, das war ein Riesen-Quall! Wir haben aber geschafft, das sieht immer gut aus! So, Menschen, die haben was Neues gefunden! Alle haben wir alle! Aber ich finde, die Rüspeln macht es auch nicht schlecht! Kann man überhaupt behalten, oder? Dann könnt ihr auch in den Kommentaren... Welche Pätser-Pätser-Pätser-Pätser-Pätser-Pätser-Pätser-Pätser-Pätser-Pätser! Würde mich sehr interessieren! Wir schauen mal, was jetzt noch passiert! Ja... Viel vorher... Echt viel... Das heißt, er war doch nicht so gut, dass wir ihn eliminiert haben... Oh, klingt nicht gut! Oh, klingt nicht gut! Warum sagt man das so oft... Sorry! Ja... Da hat die Adat gegen ihn schon mal gekämmt! Ach, die Aachen! Oh nein! Vor 8 Jahren habe ich schon mal gekämpft gegen ihn! Der ist jetzt nicht schlechter, finde ich! Wir haben ja einen guten Charakter! Und... Man redet nur wieder... Ewig Sache! Wie immer viele Redereien... Das ist immer noch heftig, finde ich... Ich finde in dem Spiel... Die Räder rein sind schon heftig. Wir gucken, was jetzt noch so passiert. Natürlich speichern wir. Oh, die spielen auch nicht so. So, jetzt schauen wir mal weiter wieder. Was jetzt abgeht hier in dem Teil. Wenn ich aber ein bisschen Defending jetzt mal ein bisschen mache. Ich muss ein bisschen Defending hochgehen mit einem Rüstung. Ich finde eigentlich auch nicht schlecht die neue Rüstung. So, jetzt schauen wir mal, ob ich ihn noch... ...wieder mit jemandem reden müssen. Oh, das war ja fast klar, dass wir mit ihm reden müssen, oder? Oh, das war ja fast klar, dass wir mit ihm reden müssen, oder? Aber ich finde, die neue Rüstung sieht ähnlich cool aus. Ich glaube, die behalten wir jetzt ein bisschen. Genau, die behalten wir sind. Ah, okay. Eben hier wieder Ja, sehe ich dann Dann sehe ich mal, wie die Rüstung so abgeht Nein, nein, nein Haben wir eine neue Quest schon wieder? Dann reden wir erst wieder mit ihm und seinem Sensei Yamato Wir müssen noch gegen Stärke kämpfen, wir brauchen eine besser, eine coolere Rüstung Oh Yamato, das Schwert von ihm finde ich, um das Outfit, aber ich weiß nicht, ob wir das Ach kriegen Oh, jetzt wird wieder viel geredet Okay Hallo schon heftig Hey Leute, aber ich sag mal wieder tschüss, euer Peter Gaming, bis dann und Pichi Hey 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 Hey